umgelaufen aber ich habe ja dazu was gesagt dass ich überlege also ich habe dazu ja was gesagt dass ich überlegen neuen spielstand zu machen nach beendigung dieses let's plays das ist der Buss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi Albert Okay Ja Mal gucken Meine Güte Aber heute nehme ich echt nicht so lange auf wie die letzten beiden Tage Vielleicht ein bisschen exorbitant Oh Emily hat so richtig Aber ist das nicht voll mies wenn sie ihrer Oma alleine bei der Farm hilft und jetzt auch noch mir hilft Ja den Auftrag werde ich nicht erledigen können So 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 Dann machen wir das kurz fertig Dann haben wir auch wieder einen Mixer jetzt mal So Das war das andere bestimmt ja also warte daraus muss es dann jetzt noch qualitätsvedal Oh ja, ich weiß, was wir morgen noch machen werden. Wobei, dafür ist unser Level echt noch ein bisschen weit unten. Ach, Emily, du bist zu gut. Und du dann machst ein paar Eisen da. So, dann fehlt noch Zilligung, aber jetzt machst du erstmal... Wir können nur 10 machen, sonst das Eisenerz wieder ausgeht. Dann machen wir jetzt erstmal Glas. 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 Was. Glas. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, dann komm du noch da mit rein Okay, dann komm du noch da mit rein Ach, ich hab noch nicht eingestellt Okay, dann komm du noch da mit rein Okay, dann komm du noch da mit rein Okay, dann komm du noch da mit rein jetzt na das klingt so böse das folgt jetzt von marley das haben wir ja gestern schon gelesen von sophie alle liebes kind ich habe ein paar tut mir leid ich erinnere mich nicht und ich habe schon verpackt was immer zwar ist ziemlich gut sein heute zwei verbesserte motoren so okay okay ja 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 um 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 ok ich würde sagen damit ist es entschieden um 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 um